In diesem Film sehen Sie die Vorgänge im Vokaltrakt in einem kernspintomografischen Film während der Arie Dove sono i bei momenti, der Contessa aus dem dritten Akt der Oper Le Nozze di Figaro von Wolfgang Abadeus Mozart. Es singt für sie die Sopranistin Julia Kleiter. Und im Film sehen Sie die Sopranistin Julia Kleiter. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018